servus glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren ich kommentiere eure kommentare video ja diesmal rund um das spiel gegen den fc arsenal da sollten jetzt nicht so viele kranke kommentare dabei sein ansonsten habe ich mir eine neue art und weise einfallen lassen wie ich damit umgehe und zwar wird es einen dieser drei sounds geben wasser erlauben struss er spricht wunderbare politische kommentare aber bitteschön lassen vom fußball ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben so dass wir hören ich werde auf diese kommentare da nicht mehr eingehen oder ragen ich spiele den sound ab und damit bekommen diese kommentare dann genug aufmerksamkeit zumindest werde ich das versuchen sagen wir es mal so es kann natürlich immer mal sein dass es so dumm ist dass ich da doch was zu sagen muss aber ich werde versuchen mich da zu bremsen mich da zurückzuhalten gut ansonsten bevor wir reingehen in eure kommentare wie immer der hinweis wenn euch gefällt was ihr seht abonniert gerne diesen kanal damit unterstützt ihr mich und es ist völlig kostenlos auf youtube vielen dank dafür und damit gehen wir rein in den bums ich sehe noch ich muss noch eine cam rüberschieben top vorbereitet vom taktik folks noch auf verkehrten seite läuft okay verdient ist weiterkommen taktische meisterleistung von tt da brauchen wir nicht viel zu sagen timas leo taktische meisterleistung er mein gott man hat sich hinten reingestellt und wusste dass arsene probleme hat gegen tiefstehende gegner ja alles gut tima ein deutsches finale käme nach der saison so unerwartet wäre aber das wahrscheinlich geilste ergebnis der letzten zehn jahre dortmund und bayern lasst es uns vollbringen ich denke beide haben chancen auf jeden fall ne halbfinale ist alles möglich traue auch den dortmundern das zu gegen paris glaube sie haben da gute chancen mal sehen zwei deutsche mannschaften halbfinale und null englische die ach so tolle primi league ja wild die ach so schlechte bundesliga mit drei deutschen mannschaften in den halbfinals europäisch neuer absoluter chef geisteskrank die bälle verteilt paar gute paraden sweeper keeper reklamierarm mittelfeld neuer es war alles dabei wenn er so weiterspiel schafft er bis zur wm 26 machen abgang aller sie dann hoffentlich ohne kopfstoß und kopfstoß jedoch auch mal was so eine kopfstoße manchmal schadet nicht krieger die über beide spiele gesehen hochverdient im halbfinale die zweite halbzeit war sehr gut so stelle ich mir das vor ja hochverdient weiß ich nicht verdient auf jeden fall ja das rückspiel war ganz klar auf unserer seite erste halbzeit fand ich augenhöhe zweite halbzeit waren wir klar besser hinspiel war arsenal aus meiner sicht schon klar besser aber am ende zusammengerechnet verdient und selbst wenn es nicht verdient wäre ist mir persönlich am ende dann scheißegal wenn es um um pokal wettbewerb geht da geht es darum dass du weiter kommst da ist es wie du es machst mara so sehen sieger aus schalalalala so sehen sieger aus schalalalala real ist machbar finde ich und ja für josh freut es mich besonders aber eine starke teamleistung hat echt spaß gemacht kann ich so zustimmen m oi karl kimmich weltklasse rv leiboy tut beim zusehen weh aus mitgefühl die chance macht er gesund 100 prozent rein na 100 prozent weiß ich nicht aber die muss man schon aufs tor bringen war arsenal und die snowflake champions sieger aus manchester haben gezeigt bekommen wer die granden der chemins sieg sind ps diese kontrollierte leistung liebe ich auch same bei real die upper einwechslung war der erste moment an dem ich angst bekam ich habe da auch kurz mit dem augenbrauen also rock hochgezuckt ja ich wollte nicht ausblenden ich wollte die müssen unterschied mich sehe gerade ließ nicht ganz und wie das denn aus leute felix felix g nordsee wir sind absolut verdient im halbfinale gegen eine spielstarke manche wie also eine stelle defensiv stabil und konnten wild und konnten über unser konterspiel immer wieder gute akzente nach vorne setzen bei der defensiven herangehensweise und kleineren ungenauigkeiten schien das einzelne verarsen nur eine frage der zeit zu sein dennoch standen wir stabil die mannschaft hat gekämpft und sich im richtigen moment mit dem tor belohnt in solchen spielen entscheidenden kleinigkeiten daher war es taktisch clever dass wir die defensive stärken und in den richtigen momenten angreifen man sah deutlich dass arsenal mehr und mehr verzweifelt und diesen phasen haben wir das spiel an uns herangezogen real im halbfinale sehe ich als schweren gegner der uns aber wahrscheinlich besser liegen wird als menschen ist das idee ich blicke optimistisch auf das halbfinale und denke dass wir real schlagen können wir haben da auch noch die eine oder andere rechnung offen also lasst uns alle mit freude auf diese spiele blicken ein kompliment an unsere mannschaft und dem trainerteam heute können mir sehr zufrieden sein sage ich gleich was zu ich wollte hier noch kurz was zu sagen von wegen kemich weltklasse rv ja kemich hat gute spiele gemacht hat eine starke leistung gegen asen gezeigt aber immer gleich dieser hype dieses weltklasse weltklasse ist nämlich noch mal ein bisschen was anderes aber das kommt natürlich immer darauf an wie man weltklasse definiert war felix gehe ich mit soweit ob real jetzt der real uns jetzt besser liegen wird als manchester city werden wir sehen ich denke gegen manchester city hätte man ähnliche taktik spielen können wie gegen arsenal und das hat ja ganz gut geklappt ich glaube gegen real können wir das nicht tun glaube nicht dass real sich da unbedingt locken lassen wird erst recht nicht wenn sie irgendwie in führung gehen sollten und dann im rückspiel oder schwer zu sagen aber leichte und schwere gegner gibt es im halbfinale eh nicht mehr und ja ich freue mich riesig auf die duelle mit real ich habe diese duelle oft genug miterlebt und es waren immer granioser geschichten und ich freue mich sehr darauf trüppel gurreiro eins mit ständchen der junge hat ein top spiel gemacht hoffentlich bleibt der gesunde topflanke auf kemich wäre schön mit der guten energie von heute auch in die letzten fünf bulliespiele zu gehen freue mich übertrieben auf die real spiele ein ganzes estadio santiago benabeo was die der bester neger auspfeift mir samir ich glaube nicht dass wir diese energie mit in die bundesliga nehmen allein schon weil ja lieber sané wird jetzt geschont ich denke matz raue und auch ein wie du sagst gurreiro gerade gurreiro ist super verletzungsanfällig da sollte man jetzt ein bisschen mit bedacht rangehen und die spieler in die chemins sieg tragen aber ich bin natürlich gespannt auf die die reaktion und auch natürlich oft auf der auf die rotation hoffentlich gegen union und natürlich heißt das nicht dass die mannschaft nicht jetzt eine andere einstellung haben kann pro wohin und rückspiel taktische meisterleistung von tuchel unglaublich umgesetzt von der mannschaft ich weiß nicht wo ihr eine taktische meisterleistung seht also sorry also es ist jetzt keine taktische meisterleistung zu sagen wir stellen und ziehen rein und gehen auf konter von was reden wir jetzt hier weil man das beim fc bayern nicht sieht oder was ich meine das haben wir schon in dortmund teilweise gemacht damit zu hause gegen stuttgart gemacht da jetzt von der taktischen meisterleistung zu reden wenn man weiß dass arsene riesige probleme hat genauso wie wir wenn gegner tief steht ich will den tuchel jetzt nicht nicht absprechen dass er die die mannschaft natürlich perfekt eingestellt hat wo arsene gar gar keine frage will auch gar nicht schlecht reden aber eine taktische meisterleistung zu reden wenn man sich hinten rein stellt und auf konter spielt weiß ich nicht aber gut jeder wie er meint bin komplett beide zweite halbzeit unglaublich heute und vor allem heute hat man ganz klar gesehen dass tuche nicht nur das problem ist wenn die mannschaft will dann macht sie und zwar richtig diszipliniert bis zum ende ja gut das hat die mannschaft aber auch schon vorher bei drei vier spielen gezeigt der sieg war nicht nur wichtig weil wir wieder mal nach drei jahren im halbfinale stehen sondern dass wir die top 3 der reichsten liga herausgehauen haben vor allem nach dem untergang gegen city für mich ist es überhaupt nicht schlimm dass wir öfter nicht den ball haben solange wir hinten kompakt und diszipliniert stehen naja wir haben am ende sogar mehr ballbesitz noch gehabt aber ansonsten wie gesagt das spiel gegen stuttgart damit 40 prozent ballbesitz gehabt wenn überhaupt das war auch super sich anzuschauen also ballbesitz gerade im modernen fußball ist nicht mehr das nonplus ultra es gibt ganz ganz viele mannschaften die viel weniger ballbesitz haben aber sehr attraktiven fußball spielen da bin ich bei dir nein es ist halt schon so ein tuche phänomen der mann gefühl keine ligaturniere aber dafür chemins sieg war ja bei schelzi und psg recht ähnlich jibi schalalalalalala schalalalala da sieht man nach den internationalen ergebnissen könnte man schon fast denken dass wir nicht so schlecht sind sondern die saison das niveau der bundesliga einfach nur deutlich höher als sonst also finde ich auch sehr schnell in beiden spielen spiele aus der ach so physisch starken liga fallen beim minimalkontakt das war teils echt lächerlich ja das stimmt da hat also schon den einen oder anderen wilden spieler gehabt gerade im hinspiel fand ich so univoren tuchel macht aus bayern einfach ein fc schelzi da sollte man nicht lachen aber zum glück ist er in fünf spielen dann oder wenn alles gut läuft in acht spielen weg nur sehr starke mannschaft sei es und chemisch und einmal haben ihr bestes spiel seit langem gemacht durch taktik hat auch super funktioniert dennoch vermisse ich die zeiten als sich die gegner an das system der bayern anpassen mussten und man als fan wusste was man für einen fußball sehen wird ja ich verstehe worauf du hinaus willst gehe ich auch ein teil mit ja aber du stell mit sich viertelfinale halbfinale finale finde ich völlig fein habe ich ja schon oft genug gesagt dass man sich dann an die gegner auch oder auf den gegner einstellt und wenn man weiß ich jetzt schon mehrfach gesagt habe wenn man weiß der gegner super schwierigkeiten wenn wenn man als als gegner tief steht und gut verteidigt warum sollte man das nicht ausnutzen also hätten wir jetzt wir haben halt diese saison einfach nicht diese qualität die spiele so dominant und sicher zu gestalten wie wir sonst hatten ja und wenn hätten wir das getan hätte das arsenal in die karten gespielt von daher war das völlig richtig und wichtig dass wir so agiert haben aber ich weiß schon was du meinst und jeder auch mit was sie gerade was die bundesliga anbelangt david moon geil 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 freudigkeit und alle bayern fans das war klasse halbfinale halb zwei das war tuche fußball aggressiv finden und vorne keinen hinten reinstellen so war tuche bei scherze spielen das und die ufersche mit sie gewonnen tuche fußball ja wie gesagt ich fand zweite halbzeit auch sehr 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 stark vor allen dingen auch wie du sagst dass wir halt nicht nur so hinten drin stand ja das war die perfekte mischung aus defensiv tief stehen gut stehen aber auch wie du sagst aggressiv auch nach vorne versuchen zu gehen ja er hätte mir da jetzt noch einen fitten nie bei sané gehabt oder einen fitten spieler auf der rechten seite hätte das wahrscheinlich sogar noch einen tacken besser ausgesehen aber das war so schon stark seppa sacca dödelt heute kein rein gut gemacht bayern glückwunsch zum halbfinale volgas raga alter jo alex cool schön dass wir dann fünf deutsche mannschaften in der scherminsee gesehen werden achso nächstes jahr meinst du war das heute tuche fußball ich glaube schon ja ja würde ich sagen problem noch mal du kannst in der bundesliga nicht so agieren vielleicht wie in der zweiten halbzeit noch einen tacken offensiver ja aber du siehst ja dass die mannschaft das in der bundesliga nicht mit ihm durchzieht was schade ist tuche muss bleiben das ist doch wahnsinn was da abgeht marcus du hast leider keinerlei ahnung was beim fc bayern abgeht deswegen hast du diesen kommentar geschrieben pancia guten abend heute musste man das ganze team loben wirklich jeder hat sich dem team untergeordnet die noten liegen bei allen zwischen eins und zwei extrem stark waren beide sechser gorecka und laima haben wieder geliefert dazu beide außenverteidiger kimmich und mazraoui beide mit einem super spiel man muss eigentlich jeden nennen wir haben spätestens in der zweiten halbzeit absolut dominiert ja erst taktisch und dann spielerisch und man muss betonen arsene war stark aber wir haben sie immer mehr eingeschnürt fazit der patient lebt noch ja der patient klappert sich an den letzten strohhalmer oben nicht als tot abgestempelt zu werden dies haben wir insgesamt eine starke leistung der mannschaft wir sind unter den letzten vier mannschaften im europäischen spitzenfußball wir brauchen uns nicht verstecken was vemde angeht bei die sollte man das schambein auskuriert werden laut christoph freund konnte er nicht richtig trainieren wegen schmerzen stellt sich dann auch die frage warum er spielt naja die die viel wichtigere frage ist ja ähm warum hat man das nicht vor wochen getan ich kann mich da immer nur wiederholen wir saßen hier vor wochen und haben gesagt nehmen den nero endlich aus dem spielbetrieb und lass ihn mal vier wochen raus und sich erholen ja jetzt hast du das was ich progestioniert habe das ist noch mal gegen real also es war schon grenzwertig gegen arsenal ja dass man den nie weiter hat spielen lassen also aber das sind hausgemachte sachen ja ganz klarer fall jason verdient im halbfinale fcb glückwunsch vom anderen halbfinalisten ja auch glückwunsch an euch ich habe euer spiel gesehen das war natürlich das krasse gegenteil von unserem spiel sehr unterhaltsam mit einem überragenden masse sabitzer ja verdient auf jeden fall weiter auch er äh hetzigen glückwunsch zum sieg an alle bayern fans ja hey red finde ich ihm dank johnny freut mich sehr für den fcb und den deutschen fußball jerd berger richtig gefährlich wurde es als minge reinkam opa hatte nicht die zeit dazu einen bock zu schießen empfand ich gar nicht das ist gefährlich ich fand man ich fand minge echt gut echt stabil fc bayern fan forever hochverdienter einziges halbfinale the king das war schön die stimmung im stadion die spieler die ackern hochverdient am ende des tages ja max albert vielleicht haben die bayern ja immer mehr ihre taktik jetzt endlich gefunden ja noch mal es ist natürlich super schwierig sowas in der bundesliga da zu bieten ja was würden die mannschaften tun die mannschaften würden ja dann nicht sagen ach ja kommen wir spielen jetzt mal nach vorne und gehen wir in die bayern hälfte also nee das würde bei bei 90 prozent der gegner einfach nicht passieren das ist ja das thema das ist ja auch ein thema wo tochel nie ein rezept gefunden hat in england hast du viele mannschaften die feuer freigeben da kannst du das vielleicht so so machen wie er es gemacht hat aber in deutschland als fc bayern ist es ja wen hast du denn stuttgart lewakusen dortmund leipzig und dann hört es doch schon auf gute ein oder ein auswärtsspiel wie frankfurt oder sowas aber ansonsten spielt doch mal so dann bleibt der gegner halt in seiner hälfte hinten stehen das ist dennoch egal und sagt ja alles gut ich nehme den punkt mit dann ist halt schwierig jetzt war ja wir waren wirklich stark gut ab vor den jungs auf dem platz und auch vor der südkurve starke leistung ja südkurve war wirklich durchgehend starke leistung thriver hätte ich nie hätte ich nie gedacht ich bin nicht so stolz in beiden insbesondere im rückspiel habe ich meine bayern wiedererkannt das war bayern like mir samir gbs halbzeit waren es noch 45 prozent gewonnen zwei kämpfen in der zweiten hälfte richtig gut gespielt die auswechslung habe ich aber nicht verstanden ja wir ja schon im stream gestern ein bisschen ein bisschen erklärt ich habe die aus die auswechslung von von mazraoui dafür minje zu bringen ja war absolut richtig die auswechslung von opa habe ich dann auch nicht ganz verstanden ich habe natürlich verstehen durch den sinn dahinter nochmal ein kopfball starken für lange bälle und sowas aber was wäre passiert hätte asen noch das eins zu eins gemacht dann wären wir mit vier innenverteidigern in die verlängerung gegangen hätten wir dann aufs elfemeter schießen gemauert oder was also das fand ich auch schwierig minje fand ich völlig fein du musst auf der seite dann um nicht um den sacca dann da jetzt in den letzten 15 20 minuten da jetzt den raum zu geben dann offensiven reinbringen also das war völlig fein meiner meinung nach aber am ende müssen wir da ähnlich darüber diskutieren weil am ende haben wir 1 zu 0 gewonnen und es hat alles dem topo recht gegeben lennart einfach jetzt die wichtigen stammspiele ausruhen lassen fürs halbfinale wäre richtig und hoffentlich wird serge noch fit für den flügel und lee ausruhen auch fürs halbfinale lennart da gehe ich mit ja man sollte da jetzt echt schauen gerade so an verletzungsanfällige wie gurero auch mazraoui der der sich jetzt aufgeopfert hat den sollte man jetzt auf jeden fall gegen union erstmal schonen und nicht wieder da reinwerfen und wieder irgendwie eine dumme verletzung riskieren ja wir haben genug spieler um welche aufzustellen und von daher sollte man das auch tun mark welzer da ich das spiel nicht sehen konnte unterlasse ich kommentare zu dem spiel aber ich freue mich so sehr dass wir die die hürde geschafft haben weiter geht es konzentration auf die chemins siegung die bundesliga ist vorbereitung grüße und glück auf aus leverkusen ja so müssen wir das jetzt auch angehen anders geht es nicht nach max albert großer erfolg für die bayern zudem noch real der deutlich machbarere gegner dass das den den take gehe ich nicht mit habe ich ja schon erklärt travel ich fand also gar nicht so enttäuschend also da war eigentlich sehr schnell nach vorn und zurück nur ist fast nie was bei nur ist fast nie was dabei rausgekommen bayern hat einfach mega verteidigt dazu noch die stimmung aus der südkürbe das war heute nichts für die londoner zu holen da war heute nichts für die london nation wo verdiene ich im halbfinale gut glückwunsch zu dem großen erfolg freut mich wir sehen uns dann wieder im finale gegen den bvb es ist klar dass wir das dann unter uns ausmachen hoffen was mal dass wir uns da sehen cb verdient weitergekommen taktische meisterleistung vom team und tuchel zweite halbzeit war wahnsinnig stark schade dass wir dieses kaliber nur in der chemins sieg zeigen eins habe ich nicht verstanden warum die wohl so lange auf dem platz stand wegen seinen schmerzen war ja offensichtlich die kurve war wieder und feier ja das muss man auch nicht verstehen mit lieber bei styles boom da ist ja der king josh habe ich mega für ihn gefreut dass er das siegtor gemacht hat eine sehr konzentrierte partie und großes lob an die mannschaft endlich haben sie sich als team präsentiert und geackert füreinander so wie man sich das vorstellt haben sie übrigens schon öfters getan diese saison müssen wir nicht verschweigen das war so vier fünfmal haben sie das getan ja rafa mega stark auch conny super gallig in den zweikämpfen eigentlich müsste ich hier noch viel mehr aufzählen aber das würde hier sonst ein roman werden zum schluss kam wirklich eine innere anspannung bei mir auf als ich gesehen hatte dass der opa kommt aber nun gut ist ja noch super ausgegangen kim habe ich erst einmal angeschrien als er kurz vorm strafraum noch einen freistoß verursacht hatte aber zum glück war arsene dazu nervös und hat den ja schnell ausgeführt ins nichts im großen und ganzen bin ich einfach nur super happy mit dem verdienten weiterkommen ins halbfinale und jetzt endlich das traumspiel aus meiner sicht gegen das groß real madrid ja la bestia nedra is coming yes für mich auch für mich das abstrakt viel viel attraktivere spiel als gegen manchester city bayern real ist einfach ist einfach ein burner in der scheming siegler freue mich richtig drauf an solia verdienst weiterkommen respekt an die mannschaft für mich guerrero spieler des spiels kämme ich auch mit deutlich steigender formkurve jörg berger ich glaube dass dieselbe sprache französisch von marz raoui und guerrero mitgeholfen hat warum die beiden so gut funktioniert haben ja gut wie gesagt ich weiß nicht auf dem fußballplatz leute jeder der selbst fußball gespielt hat da erzählst du dir auch keine romane auf dem fußballplatz da hast du ein paar kommandos ein paar abstimmungen und das ist egal in welcher sprache du das von dir gibst anita krings hieß es nicht tuchel hätte schon längst weg gemusst um die scheming nicht zu gefährden das kannst du jetzt sehen wie du möchtest angel fcb zweite halbzeit war wo w ich weiß nicht ob thomas tuchel so eine richtige aussage gedroppt hat oder die spieler mal einfach bock hatten aber es war krass gut tuchel ist gegen englische teams immer gut am start wegen den schelzi zeiten und kimmich wenn er so weitermacht dann unbedingt behalten seit dortmund hat kimmich immer sehr stark gespielt hört auf den jungen zu haten ich lese mal weiter weil ich hoffe du meinst nicht mich ansonsten muss ich dich hier nämlich weg strunzen alter josh connie guerrero neuermanns raue waren weltklasse insgesamt war so ziemlich alle gut aber da sind die die mir am besten gefallen haben nur halt dass wieder paar leute standen die nicht einen mucks gemacht haben kranke fans seid ihr da haben es manche die bock haben und die die singen und tanzen eben etic absolut mehr verdienen im stadion zu sein ja obwohl das ist bei fc bayern ja leider immer so und ja es kotzt mich auch mega an ich kann das auch nicht nachvollziehen das ist das ist eine katastrophe also wie gesagt da muss endlich eine reform her dass da nicht ewig in der südkurve irgendwelche fanclubs stehen die da nur hinfahren um sich die bierne zuzuballern und sich zu sehen und zu quatschen anstatt die mannschaft zu supporten das ist das ist das ist zum kotzen alter man muss nicht wie ein bekloppter schreien aber wenigstens mal ein bisschen singen und zu real wird ein harter brocken dennoch finde ich es auf jeden fall besser als der plastik klub da müssen wir aber hoffen dass der schiri neutral ist man kennt es ja bei real und die schiris einfach vinicius und jude so sehr decken es geht naja wir haben mal den connie wenn ihr den auf den jude setzt wenn er den auch so beackert anders schon gut werden dann sollte es passen hoffe ich echt ein schönes spiel dennoch ein sehr sehr aufregendes vor allem als upa kam ich hoffe der junge fängt sich er hat das potenzial nur halt dass er momentan mental nicht so drauf ist leider real gegen bayern mit einem brett ja man darf aber nicht vergessen wo upa kam kam er jetzt nicht als in verteidiger der jetzt in der in der zentrale da unbedingt was dicht machen sollte ja also da war ja immer noch da ja und der lichter von daher aber ja ich hatte da auch ein kurzes zucken netti heja bvb möchte euch am ersten sechsten in london sehen schönes ding habt mit gefiebert und dann gefreut es gilt die ritter rüstung wieder zu putzen hauptsache wir sehen nicht wieder den paul breitner in der ritter rüstung robert waren natürlich an euch auch glückwunsch war ihr habt ihr wart auf jeden fall seid verdient weitergegangen war schon ein sehr sehr starkes spiel was ich gesehen habe robert waren finde ich cool von dir bin dortmund fan aber freue mich auch immer wenn bayern in der schimmelsiege weiterkommt michael ist super leistung von der mannschaft ich bin wirklich begeistert sehr spannend das spiel im zweiten halbzeit hatte ich sowas vom puls gegen real haben definitiv in zwei spielen eine chance kein danke für die analyse groß michael ja schacken sind haben wir immer also aber es wird natürlich nicht einfach kasa selbes und glück auf die aufstellung hat mich überrascht news als lv und raffer auf lf die idee hat wunderbar geklappt beide haben ein starkes spiel gemacht ja war jetzt nicht so sehr überraschend wenn man tochel gehört hatte und ja war auf jeden fall ein guter move vom tochel ja weil du halt einfach einen sacker gedoppelt hast mit den beiden und ähm gurreiro es trotzdem hingekriegt hat auf vorne akzente zu setzen das war schon echt gut aber zeigt natürlich auch dass tochel tell kein vertrauen schenkt völlig egal was der macht ähm gut tell hätte ich jetzt nicht auf der linken seite gesehen gegen sacker sage ich euch ganz ehrlich also wenn dann hätte ich ihn auf der rechten seite gesehen äh vor kimmich ähm ich denke josh hätte da ein tell auch ein bisschen an die hand nehmen können ähm und er wäre wahrscheinlich der bessere part gewesen als neoy in meinen augen aber zeigt natürlich auch dass tochel tell kein vertrauen schenkt völlig egal was der macht vielleicht darf er ja in der liga ran wenn es um nichts mehr geht die einwechslung habe ich nicht wirklich verstanden aber ich bin auch nicht der trainer insofern steht mir da wenig meinung zu die beiden wackler opa und mince am ende zu bringen habe ich nicht gefühlt ähm ja ich habe es ja gerade schon mal gesagt ich habe es ja erklärt da gebe ich dich jetzt nicht nochmal drauf ein aber wen hättest du auf der linken seite bringen sollen für 20 minuten gegen einen sacker und einen eudegard hättest du dann gurero alleine stehen lassen sollen der defensiv alleine jetzt auch nicht der beste ist davis steht nicht zur verfügung gesperrt äh du hättest nur einen offensiven bringen können und das wäre zu viel risiko gewesen weil arsenal natürlich bei 1 zu 0 nochmal alles reinwirft also das fand ich völlig okay dass man da ein mince eingewechselt hat um die seite dicht zu machen glückwunsch an die mannschaft glückwunsch an dortmund und wenn alles normal läuft auch glückwunsch an neberkusen dass die bundesliga zeigt dass es auch weiterhin ohne große investoren geht ja ja ich weiß ich habe davon zu wenig ahnung aber die spitze verkneife ich mir dann doch nicht äh da muss man auch nicht äh viel ahnung von haben weil die aussage ist völlig richtig wir haben keine großen sponsoren oder staaten hinter uns stehen und dafür haben wir drei halbfinalisten europäisch ja da kann man auch mal die spitze schießen und auch stolz drauf sein Herbert bin wieder stolz bayern müncher fan zu sein malibu kimm ich note 1 dass ich das noch erlebe habe ich nicht vorher ihm auch schon eine 1 gegeben gehabt ne eine 2 gegen Dortmund ähm Modlow fand die offensive sehr schwach aber dafür war der Rest überragend die haben so richtig deutsch gespielt okay lasse ich mal so stehen ähm Mikai auf geht's ihr Ruhn joa nach Real Gerard bei den drei Pfosten vor unserem Tor dachte ich wieder an Köln Pech Pech wie auch im Hinspiel bei Coman ja wir haben ja wir sind ja eh eine Mannschaft die immer viel gerne äh Pfosten und Latte mit einbezieht das ist schon echt wild ne joa die komplette Mannschaft hat sehr gut performt Respekt und meine Hochachtung davor Kimmich hat sehr gut gespielt Goretzka hat sehr gut gespielt neuer war meiner Meinung nach sowas von cool ja einfach überragend und meiner Meinung der elfte Feldspieler zum Glück war er wieder fit Guerrero hat sehr gut gespielt nur nachdem Minge und Upa eingewechselt wurden habe ich zeitweise Schweißausbrüche bekommen man hat gesehen dass diese beiden Spiele einfach nicht das Niveau für die Champions League haben gegen Real Madrid sehe ich mit dieser Leistung durchaus eine Chance um ins Finale einzuziehen naja am Ende haben sie ja doch gezeigt dass sie das Niveau haben weil wir 1 zu 0 gewonnen haben und weiter sind Toxic Candy wo sind eigentlich jetzt die ganzen Heuler dass die Bully eine Farmers League ist Glückwunsch an euch zum Weiterkommen joa würde mich auch mal interessieren Eden so schön freue mich auf die Spiele gegen Real auch wenn es da schwer wird aber auch nicht unmöglich erste Halbzeit haben wir aber richtig Sorgen gemacht echt? mir gar nicht diese Lustlosigkeit müssen wir unbedingt abstellen in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit war das richtig gut hat mir einfach mega gefallen wenn wir so spielen dann ist alles drin hoffe wir schaffen das gegen Real auch wenn es schwer wird mir ist an mir also ich habe keine Lustlosigkeit gesehen in der ersten Halbzeit verstehe ich jetzt nicht ganz die Aussage wenn das darauf bezogen ist dass wir super safe gespielt haben und nicht ein Risikopass nach vorne gespielt haben also wirklich nur die safen Bälle ja aber das hat ja nichts mit Lustlosigkeit zu tun also wir waren genauso gallig wir standen tief wir standen gut ja wir haben super wenig Risiko nach vorne genommen das ist vollkommen richtig das haben wir in der zweiten Halbzeit viel viel besser gemacht aber das hat ja nichts mit Lustlosigkeit zu tun meiner Meinung Thomas Krug man darf auch ruhig Tuche loben weil Arsenal eigentlich nie gefährlich vor das Bayern-Tor kam Mats Raui und Guerrero haben die linke Seite stabilisiert Kimmich ebenfalls grundsolide das gab es in der ganzen Saison selten was das Kimmich grundsolide war ne das stimmt nicht das war die letzten Spiele schon die Bayern haben Arsenal nicht ins Spiel gelassen den ersten der Premier League das ist eine große Leistung gut Arsenal war nicht mehr erster zweiter oder dritter weiß ich gar nicht auf jeden Fall ist Manchester City wieder erster Sané ist so wichtig die Erste müssen beurteilen was eine Belastung trotz der Schambeinprobleme bedeutet ich erwarte dass er nach dem letzten Champions League Spiel eine längere Auszeit nimmt wäre vernünftig im Zweifelsfall Zweifelsfall die EM auszulassen naja ich glaube kaum dass ein Nagelsmann ihn für die EM nominieren wird und einen Platz sich im Kader wegnehmen lässt in der Hoffnung dass ein Sané irgendwie dann mal ein Spiel machen kann oder was kann ich mir persönlich nicht vorstellen aber gut wer weiß Dumbo Dumbo ich glaube dass uns Real eher liegt als City und dieses Mal könnten wir mal in Sinale kommen mit etwas Spielglück und Real-Duse geht es in Sinale unser Spiel erinnert mich an Real als sie schlecht spielten und trotzdem die Champions League gewinnen konnten Tim Zauner das Lustige ist dieser eine von Arsenal hat sich super aufgeregt über die nicht gegebene Ecke und hat gesagt sie wurden betrogen aber das aber was war denn mit dem Handspiel im Hinspiel von denen der eine war Oldegaard und na klar regst du dich auf wenn es in der 87. 88. Minute ist ähm aber das haben wir diese Saison schon locker 10 Mal gegen uns erlebt und es ist zum Kotzen dass es da kein Fahr gibt ich weiß nicht wofür dieser da ist aber die Diskussion brauchen wir nicht wieder aufmachen aber gerade in so einem Spiel wo es um alles geht zu sagen ja das ist keine spielentscheidende Szene ja auch wo wenn wir eine Ecke gegen uns kriegen die keine Ecke war ist auch schon passiert ähm wenn daraus dann ein Tor fällt dann ist das so dann greift auch kein Fahr ein weil das keine spielentscheidende Szene ist das ist lächerlich ja ähm das gilt reformiert ja gerade in K.O. Spielen sind Standardsituationen gerade Ecken super wichtig und ich verstehe die Aufregung völlig ich wäre genauso ausgetickt wenn es auf der anderen Seite so gewesen wäre Gibi erster Halbzeit war Rasenschach jo Niraks Tuchel bester Trainer jo gönn dir deine Meinung Hans Landau ausgerechnet jetzt hat Arsenal eine Schwächephase Glück für Bayern die deswegen verdient weiterkommen aha was ein Schwachsinn sorry ähm pff pff ich meine zum Glück hast du noch geschrieben verdient weiterkommen aber nur weil wir jetzt äh Arsenal geschlagen haben und davor ein Unentschieden gespielt haben hat Arsenal jetzt eine Schwächephase oder was oder weil sie ihr Ligaspiel gegen die Tabellen Vierten verloren haben wo sie super starke Spiele haben in der ersten Halbzeit und hätten schon 3-0 führen müssen ähm weiß ich nicht aber gut jeder jeden seiner Meinung alles gut die erste Halbzeit war schon eine knappe Kiste ich war froh dass wir mit 0-0 in die Pause sind und hab dann gehofft auf eine starke zweite Halbzeit hey wild Tuchel hat wohl die richtigen Worte gefunden in der Kabine defensiv habe ich Bayern lange nicht mehr so stark gesehen wie gestern Kimmich für mich bester Mann auf dem Platz insgesamt eine herausragende Mannschaftsleistung jeder hat sich für den anderen den Arsch aufgerissen so muss es sein es geht eben auch gut ohne Müller gut aber das wissen wir ja schon seit langem oder und ohne Davis das bestätigt Davis jedes Mal wenn er spielt als Opa kurzer Schluss eingewechselt wurde ging mir der Arsch auf Grundeis aber es hat gereicht Madrid kann kommen wird aber deutlich schwerer als gegen Arsenal das werden wir sehen Christian Loch Halbfinale in der Champions League und Europa League und kein englischer Klub von der famosen Premier League dabei aber zwei aus der Farmers League sagen die Engländer Deutschland ja haben wir denen noch gezeigt wo die Farmer League ist schwartet geil auf jeden Fall warst noch in der Stimmung um die Einblendung zu verkacken aber scheiß drauf Halbfinale yes wow Patrick so wollen wir Bayern sehen der Henkelport Traum lebt Adam Torres 3 von 4 Mannschaften richtig getippt aus dem letzten Livesteam Halbzeit 1 viel zu ängstlich in meinen Augen nur verteidigt das aber Weltklasse Halbzeit 2 so wie man sich das vorstellt defensiv gut stehen und dann schnell und kontrollierte Angriffe am Ende verdient gewonnen und der Traum von 2013 gegen den BVB lebt noch Thema Fans in der Champions League meistens top gestern Weltklasse packen wir es Mark der Staufer klasse endlich mal wieder unter den Top 4 mit dem BVB 2 deutsche Mannschaften es wäre so schön und für den deutschen Fußball das Champions League Finale 2013 zu wiederholen im Mutterland des Fußballs wenn Leverkusen noch nachziehen würde ins Finale und gewinnt das vor der Heim-EM aber bis dahin sind noch Spiele zu spielen doch wie sagte schon Kaiser Franz geht's raus und spielt's Fußball ja was das mit der Heim-EM zu tun hat äh I don't know muss ich nicht immer ganz verstehen aber gut Talkie Bayern super wir stehen im Halbfinale jetzt ist alles möglich mir Samir Grüße aus der Karibik tolle Analyse Kai gehe ich voll mit danke und Grüße zurück Torben ich muss zugeben dass ich mich getäuscht habe bei der Auslosung habe ich gesagt dass Arsenal auf jeden Fall weiterkommt Respekt an euch aus München schön dass meine Dortmund und ihr weiter seid ja wir täuschen uns alle mal Vorsäcker sehr glücklich dass wir im Halbfinale sind fand das Spiel wieder mit Höhen und Tiefen so gut wie die zweite Halbzeit war so durchschnittlich war die erste Halbzeit da wir das Hinspiel zu Hause haben müssen wir es gewinnen sollten wir es nicht gewinnen sehe ich schwarz fürs Rückspiel im BNRB werden wir untergehen ich sehe real Vorteil äh ne sehe ich komplett anders also ich ich sehe auch nicht dass wir glücklich im Halbfinale sind wir sind hochverdient im Halbfinale auch die erste Halbzeit waren wir super stabil ähm keine Ahnung woran ihr das festmacht dass man Arsenal den Ball gelassen hat oder was ähm ne aber ist auch völlig fein und die Chancen gegen Real sind 50-50 selbst wenn wir das Hinspiel verlieren sollen also das haben wir auch schon oft genug gezeigt also ne da gehe ich nicht mit sollte man natürlich das Hinspiel irgendwie 3-0 verlieren klar dann gehe ich mit aber ansonsten ist alles drin also Chico Man of the Match Nus Madrawi und Kimmich beide Seiten alle Waffen von Arsenal zerstört hab gesagt wir treffen auf Madrid im Semifinale Super Bayern Super Bayern hey 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 totale Dominanz zweite Halbzeit ja Kepi Kappi keine Ahnung das war eine gute Leistung Freunde jetzt holen wir auch den Pott schon immer Frederico erstens Arsenal sehr sehr schwach aber wir haben es sehr gut gemacht Guerrero hat mir super gefallen auch Nus war sehr stabil Kimmich als RV ist echt ein Plus so gut hat sich richtig gesteigert bin traurig für Taylor Müller und jetzt Real und zum Glück nicht City ich lass das mal so stehen ich hab keine Lust darüber zu diskutieren dass Arsenal so schwach war sorry Tiger Chris nochmal Super zweite Halbzeit mal bis zum Ende konsequent von hinten heraus mit Neuer De Lucht und daher super ruhig das Spiel aufgebaut hatte erst Bedenken auf der linken Seite mit Mats Raui aber hat auch super geklappt und gut rohiert mit Guerrero Sané hat er wahrscheinlich nicht gewechselt weil er auch ohne was zu tun immer zwei Spiele auf sich gezogen hat und Kimmich dann besser arbeiten konnte hätte aber auch gerne Taylor gesehen erste Mal seit dem Triple wieder im Halbfinale ist doch klasse in 14 Tagen geht es weiter Schieß ja ganz genau willst du doch nicht geht doch wir können stolz sein auf unser Team behalten die Jungs jetzt ihren Siegeswillen geht noch was freue mich sehr für Kimmich die werden den Siegeswillen in der Champions League natürlich behalten da brauchen wir nicht drüber reden oder Rinzi Binzi absolut verdientes weiterkommen Arsenal war echt enttäuschend warum Havertz da 90 Minuten rumgucken durfte hoffentlich spielt er bei der EM etwas engagierter wird gegen Real hoffentlich zwei tolle Duelle allein Groß-Rüdiger und Bellingham vorst Bayern wird schon nice ja schauen wir mal müde Glückwunsch aus Leverkusen hat mir das Spiel angesehen ja ja die schwache Bundesliga kämpft da draußen ganz gut da schwenke ich dann auch ganz kurz das Bayern-Fähnchen roviki um 4 Uhr 30 ja what's up dann weißt du was du zu tun hast gegen Real schläfst du dann bitte auch nach 20 Minuten ein vielen lieben Dank für dein Opfer Gerard da hat man gesehen was dabei rauskommt wenn jeder für jeden da ist und jeder kämpft für das Ganze egal ob Stamm oder Ersatzspieler Jörg Schädings wenn jetzt der FC Bayern München die Champions League gewinnt wäre Tuchel der erste Trainer der nach dem Gewinn aufhören muss ja dann ist das so Konrad Tuchel und Terzek sind eventuell doch nicht so schlecht wie sie immer geredet werden wurden dennoch die Trainer der Zukunft befinden sich in Leverkusen und Stuttgart Fazit vergleiche nie Äpfel mit Bieren okay das ist ein Bildertake GB King Joshua ist wieder da Kimmich gefällt mir auf rechts immer besser und geiler Kopfball Essek Christian Loch Kai Augsburg ist Champions League Niveau als Stadt Chris we are back Inukle wo sind die ganzen Kimmich Hater die ihn abgeschrieben haben ich lasse es so stehen Oliver wunderbar Jörg Berger nochmal den Sané sollte man jetzt draußen lassen bis zu den Halbfinals wenn es auch nicht lange dauert bis dazu ja das wird ja jetzt auch gemacht laut Aussage von Freund Bobby mir Samir Markus Wippi mir hätte deine Ausstellung besser gefallen jo das weiterkommen zählt alles andere zweitrangig so sieht es aus GB jetzt gegen Real das wird ein heißer Tanz ja Michael nimmt man beide Spiele ist Bayern der glückliche Sieger gehe ich nicht mit der verdiente Sieger Ty Wesenberg herzlichen Glückwunsch man muss allerdings auch sagen dass Arsenal wie auch schon in den beiden Spielen davor selbst haben schwach und ideenlos gespielt hat trotzdem gutes Spiel von Bayern ob das gegen Real reicht mal sehen Exit Premier League wer hätte das gedacht Gerard 6 6 Verein in der Champions League was da an Kohle in die Bundesliga fließen wird ja 5 Vereine aber Ari bleibt dabei Kimmich verkaufen wäre ein riesen Fehler Gehalt kürzen ja verkauf schwer Swiss ja Kimmich war gestern Weltklasse er wird nicht bleiben und das ist gut so sein Auge für dritt und zweitletzter Platz ist genial ein Schacker wird er nie werden aber er sorgt für Unberechenbarkeit und Kreativität wenn seine Mitspieler bereit sind seine Arbeit hinten teilweise zu übernehmen gehört Kimmich in eine Offensivmannschaft aber niemals in eine Tiki-Taka-Mannschaft ich hoffe er geht zu Liverpool User und von wegen Thomas Tuchel hat die Mannschaft verloren Sieg-Kabinenfoto nach dem Arsenal-Game denke einfach die Spieler sind satt von der Liga gewesen nach Elftiteln hintereinander auch etwas verständlich die Champions League ist halt etwas völlig anderes nichtsdestotrotz hätten die Spieler eine Bulli liefern müssen der Leidtragende ist halt der Coach Thomas Tuchel hat auch Fehler gemacht keine Frage die Blutaufrischung vor der Saison wurde leider verpasst da stieß er beim operierten Vorstand auf taube Ohren sagt nur Holding Six er vor ja gut Julian Nagelsammer wieder mal übernehmen sollte ist das für mich ein Armutszeugnis zumal wir ja Alonso wollten ja darüber diskutiere ich jetzt nicht habe ich schon hundertmal meine Meinung zugesagt das muss ich jetzt hier nicht wiederholen Jetberger Leimer hat das gebracht für was man ihn aus Leipzig geholt hat und so wie er da auch performt hat jo Jakob du liebst Tuchel ja herzlichen Glückwunsch Jubei deutsche Sinale vor das BVB aber diesmal gewinnen wir mh ne ich hoffe es nicht also deutsches Finale gehe ich mit aber dann ist natürlich klar dass hier die FC Bayern Fahne geschwenkt wird Jakob ich sage City wäre wieder über Bayern gerollt aha Real ist besseres Dos in dem Fall ja aber nochmal ein anderer Gegner als Arsenal finde ich egal wer Arsenal angeblich dieses Jahr macht so toll sind sie nicht ich will nicht sagen dass ich das habe ich vorhin vornherein gewusst meine nur dass man jetzt nicht übermütig sein sollte Real ist nochmal ein zuhörts Arsenal ich glaube nicht dass irgendwer übermütig ist Rock'n'Roller er sollte nie wieder Davis bringen ok ok Tuchel behalten du kriegst das Herz nur als komm und kriegst einen Daumen nach unten mit dabei ne du warst der verkehrte Tuchel behalten kriegst den Daumen nach unten Magic Kimmich sofort verkaufen Tuchel soll am besten gleich mitgehen lässt Tell Müller und Pavlovich nicht spielen achso halt wir haben gewonnen sorry war ein Reflex der war gut Magic der war gut Mr. Thiel rot weiße Grüße was sonst ja rot weiße Grüße zurück Max Blau oh weia Rückspiel in Madrid ja und Jans also gegen City wärt ihr vernichtet worden alter ne da kriegst du auch kein Herz von mir für alter Fab M wir lieben Tuchel endlich siehst du es auch ein ich weiß es ist nur Spaß wenn ihr kommt Matthias jetzt wird doch noch mit Thomas Tuchel verlängert nein Madrid wird von uns überrollt Andi und warum wollen alle den Kader austauschen wenn du das nicht verstanden hast bist du hier aber auch auf dem ganz falschen Kanal gelandet der Kommentar ein deutsches Finale ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich bei Real muss man aber schwerst aufpassen die sind wahnsinnig abgezockt ja Blue Eyes Tuchel bester Trainer im europäischen Fußball Peter Waldbauer laut aktuellen Kahn-Interview in der Sportbett ist Kimmich ein Sechser und ein Achter wie auch immer er muss halt richtig eingesetzt werden dann kann er auch bei uns bleiben in der Champions League ist es ein Vorteil einen erfahrenen Trainer wie TT zu haben der die Champions League auch schon einmal gewonnen hatte da wäre ein Nagelsmann der jetzt überall der Ball gewünscht wird ein Nachteil weil er in diesem Mitbeweg wenig Erfahrung hat dass wir die Champions League mit TT gewinnen ist wahrscheinlicher als das Bayer nächste Saison wieder Meister wird mit deiner Benotung gehe ich voll d'accord und das sehe ich komplett anders aber das ist ja auch nicht schlimm Despiadado lol und jetzt gibt es mal wieder die fette Abreibung von Real ja ganz bestimmt da klappt es auch mit dem Schirm in Sieg freue mich für Kimmich er zeigt zur Zeit echt starke Leistung Sané tut was er kann unter Schmerz und hat mit gut ausgeholfen hinten alles in allen sehr starke Mannschaftsleistung ja das stimmt Lorenz was für eine super Leistung von unserer Mannschaft und hochverdient weitergekommen auch taktisch von Tuchel und der Mannschaft herausragend und auch in der zweiten Halbzeit spielerisch klar überlegen ja wenn wir so auch im Halbfinale spielen dann kommen wir nach Wembley hoffen wir es User Hurra starke Leistung Bayern hat alles gegeben hochintelligent gespielt nach dem heutigen Spiel ist das Finale zu gewinnen kein Wunder mehr die Fans im Stadion klasse das war Weltklasse Snack Monster gut damit gehen wir jetzt noch gleich in die anderen Kommentare zur Pressekonferenz rein so weiter geht's mit euren Kommentaren zu der FC Bayern Reaction zur Pressekonferenz zum Thomas der ja mal gelichelt hat auf der Welt der wild Hartrock extra für die Videos wach geblieben sehr vorbildlich Hartrock Mikai wir können echt stolz auf uns sein gute Leistung von der ganzen Mannschaft jo jo erogan Dortmund und Bayern weiterläuft international immer für deutsche Mannschaften wie ich es nicht gehört Mika manchmal ist der Tuchel echt geil manchmal hat er ein paar Takes ne User immer wieder coole Reaktionen die ich mir gerne anschaue anstatt nur trocken die Pressekonferenz ja vielen lieben Dank dafür Finale 2030 wiederholt sich hoffen was Durbel das größte Risiko Tuchel sehe ich darin dass Fonzo Davis gegen Real wieder spielen darf warum sollte er das dürfen der war ja letztens so lustlos und mit null Einsatz das könnte absolut katastrophal enden ja wie gesagt warum sollte er das dürfen also wenn wenn andere Spieler fit sind haben wir ja gesehen was sie zustande zustande im leisten sind von daher Marc der Staufer Tuchel ist ein weltklasse Trainer aus meiner Sicht hat es in dieser Konstellation zwischen dem Bedürfnis der Spieler nach zwischenmenschlicher Nähe Trainer WZ Heinke Flick zum Trainer und einem Trainer der etwas distanzierter Tuchel rüberkommt die Spiele also nochmal aus meiner Sicht hat es nicht geklappt denke ich mal wozu sagen oder die Spiele werden hoffentlich schön wie mit Elba werden wir wohl nicht als weißes Ballett bezeichnet werden doch interessant bestimmt Spieler die satt sind ich erinnere mich an ein Spiel gegen Waldorf Mannheim meine es war ein Pokarspiel damals mit dem Titan im Tor da sangen die Fans scheiß Millionäre und Söldner das waren noch etwas andere Zeiten ja könnte man heute aber auch wieder singen Toki Bayern verlängert den Vertrag genial Jibi heute wird es eine kurze Nacht das sag ich dir Jibi so eine kurze Nacht jo typisch bescheuerte Bild-Zeitungsfrage und das noch als erste Frage Journalismus absolut unter das Niveau kennen wir seit langer Zeit von dieser Zeitung jo Alexander ich glaube Tuchel dass er vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben hat ich gönne ihm den Titel und vergesst nicht Kiffen ist erlaubt ja gönnt euch Alter ich kann mit dem Nicknamen gar nichts anfangen IZ Glückwunsch an euch Bayern dass ich das mal sagen würde freue mich insbesondere für den Kanalbetreiber kann gar nicht genau beschreiben wieso aber ist immer sehr unterhaltsam ja vielen lieben Dank für die erst vor Genugtuung für Tuchel trifft es auf den Punkt Adam Torres verdient gewonnen am Ende und auch mal ein gelöster Thomas Tuchel freue mich auf Madrid ich mich auch FC Bayern FN4L war hochverdient der Einzigen ins Halbfinale Mr.Basketmaniac und jetzt so eine Choreo wie 2010 gegen Lyon Peter Griffeln kein englisches Team das gibt mir so ein Gefühl von Genugtuung Felix Saal der Anfang Badger ich sehe das etwas anders ja wir haben mehr Hingabe in der Schemensiege gezeigt aber man muss auch klar sagen dass es in der Bundesliga nicht läuft lief war und ist eine Kombination aus Tuchelts Aufstellung und taktischen Ideen und diese Spielweise die Bayern in der Schemensiege zeigt das ist nicht wirklich Bayern das war es auch nie Tuchel war auch in Paris oder Chelsea kein Superligatrainer aber dafür in die Pokalwettbewerbung bzw. Schemensiege und wenn Tuchel so viel gegen das Team schießt nicht nach Leistung und Logik aufstellt ist es selbst für Bayern in der Liga schwer haben wir gesehen und trotzdem stehen wir auf Platz 2 und wären ohne Leverkusen wieder auf 1 Tuchel scheint kein Typ für den Alltag zu sein das weiß ich nicht das kann ich nicht so beurteilen ich bin nicht so drin in dieser Schelzi PSG Geschichte wo er war ähm ob wir trotzdem wieder Erster wären wenn wir aktuell punktgleich mit Stuttgart sind äh I don't know weiß ich nicht hätte er hätte vorher Kette interessiert ja am Ende des Tages keinen Chico habst du ein Manager Game vergessen Happy Birthday to you Happy Birthday lieber Kai Happy Birthday to you liebe Grüße neustes Video hab dich lieb bleib gesund und noch viele Geburtstage wünsche ich dir 10 Minuten zu spät äh was für ein Geburtstag denn also mein Geburtstag kommt erst noch ich hab nicht Geburtstag Andy Gerry sehen uns in München Halla Madrid so sieht's aus User hat es recht mit Real ich dachte City kommt weiter Real ist ja war natürlich glücklich wie ich gelesen hab ich hab nichts gesehen ähm aber Real ist einfach abgewichst Alter ist Champions League ist für die äh weiß ich nicht da ziehen die ihre Nährstoffe raus oder was ganz ganz wilde Geschichte Tiger Chris man sieht Tuche die Genugtuung anfinde ich nur im Halbfinale mit Bayern und er ist einer der wenigen Trainer der es mit verschiedenen Mannschaften aus verschiedenen Ländern geschafft hat gegen Real wird es ein aber gegen Real wird es ein aber Schachspiel beide Trainer spielen den gleichen Fußball da kommt es wieder auf etwas Glück an ja gut das kommt es eh ne da müssen wir nicht drüber rumreden äh Alex Kuhn wir wollen und bekommen ein deutsches Finale und dann möge der bessere gewinnen Grüße aus wo ist Bursburg Christian Loch ich kaufe 2 TT für 1 Euro für 1 Mark 50 ok Joati sorry für meinen Kommentar bezüglich der Statistik neuerdings scheint YouTube Spaß dran zu haben Statistiken einzublenden was ein Scheiß no blame on you mach so weiter du bist super bin ihm dank user komisch TT und Ancelotti im Halbfinale finde den Fehler ja finde mal dazu noch Terzik im Halbfinale Ralf Reiter der Gegner war aber auch offensiv sehr schwach die hatten null Geschwindigkeit nach vorne ja wir fangen jetzt natürlich wieder an den Gegner schwach zu reden wenn wir eine starke Leistung zeigen manchmal sollte man mal überlegen warum der Gegner denn so schwach war vielleicht weil wir einfach eine sehr sehr starke Leistung gezeigt haben und so ein Sacker komplett aus dem Spiel genommen haben und so Martinelli auch hart eingebremst haben so ein Eudegard gar nicht zur Entfaltung kommen lassen haben vielleicht liegt das einfach mal daran dass der FC Bayern gut gespielt hat Markus die Stars von dem FC Bayern haben heute für ihren Marktwert gespielt und siehe da sie bringen eine gute Leistung und gewinnen eine Mannschaft mit einem besonderen Charakter ja auf jeden Fall Markus geh ich 100% mit der Charakter ist aber sowas für einen Arsch als Manager würde ich dieses Verhalten nicht tolerieren ja und das hoffe ich auch dass wir das nächste Saison dann auch so bewerten werden denken wir so Modlo verstehe nicht das Gehetze gegen Tuchel und auch nicht den Sinn die Entlassung für den Sommer ein halbes Jahr vorher bekannt zu geben warum hat man nicht einfach gewartet wenn er eh bis dahin bleibt um die Spieler in die Pflicht zu nehmen und das war der einzige Gedanke daran das hat ja so semi geklappt wenn wir ehrlich sind aber das war der Gedanke daran wahrscheinlich wollte man nicht dass alle zwei Tage irgendein Spieler bei irgendwo im Büro steht und rumheult was traurig ist aber ja Konrad mit geschlossener Mannschaftsleistung kommen Dortmund und München bestimmt bis ins Endspiel Bundesliga hin DFB-Pokal her ja es wie gesagt ich denke Christopher Petrik Labestia Negra ich denke auch Dortmund wird gute Chancen gegen Paris haben es sind Spiele auf Augenhöhe gehe ich zumindest von aus und dann wird man sehen wer das Quäntchen Glück hat wer die bessere Tagesform hat wer das Spielglück hat wer den Schiri auf seiner Seite hat daran an den Faktoren wird es wahrscheinlich am Ende liegen ich glaube nicht dass irgendwie eine Mannschaft da 3-0-3-0 rausgeht und den anderen klar dominieren wird das kann ich mir nicht vorstellen und das ist doch schön das ist doch gut so ich werde mir auf jeden Fall auch das Dortmunder Spiel angucken ich freue mich auf beide Spiele ja und genießen wir einfach diese Zeit nach dieser das gilt ja für die Dortmunder genauso die haben ja genauso eine Kack-Saison ich denke auch Dortmund hat andere Ansprüche an sich welchen Fußball sie sehen wollen und wie die Ergebnisse sind da sind wir ja im Moment so in der gleichen Phase gefangen sag ich mal und von daher sollten wir also beide Fanlager diese Zeit genießen und mitnehmen vielleicht ist das eine kleine Entschädigung bei uns muss da noch eine Menge mehr rauskommen damit das eine kleine Entschädigung ist für das was wir diese Saison erleiden mussten fußballerisch aber das muss ja am Ende auch jeder für sich selber beurteilen ich bin guter Dinge ich freue mich super auf die Spiele gegen Real Madrid das ist für mich das Spiel in der Champions League aus unserer Sicht immer gegen Real ich bin heiß Leute ich hoffe ihr auch rot-weiße Grüße gehen raus und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal vielen lieben Dank dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt vielen lieben Dank für euren Support wie immer lasst gerne einen Daumen da ich freue mich auch über jeden Kommentar der geschrieben wird und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainer ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister was das allerwichtigste ist weil wir wissen dass er ein guter Kerl ist ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft also ich fand das das hat Spaß gemacht zu coachen ein Trainer ist nicht ein Idiot ein Trainer sei was passiert im Platz dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach geiler Satz Magic bis hin oder bis hin an ich bin